Das würdest du nicht tun. Scheißen Bären in den Wald? Und scheißt der Papst nicht auf das Schicksal von 200 Messdienern? Yeah, yeah, yeah. Deine Eltern verstehen sich nicht und gehen sich ja nur aus dem Weg und ich. Ich könnte zu meiner Oma gehen und gestimmt hätten ein großes Alkoholproblem und sie sagt, Terroristen planen einen Lernschlag, Deutschland verkauft den Narra bei ein paar hundert Panzer. Jetzt mal langsam, als wäre gewalt egal, sitzt du allerhöchsten 15 der Knasser. Blasma, ich mach da nicht mit, warum ist es euch egal, ob ich will oder nicht? Dein Kind kriegst du erst 13 und krieg ein Kind, das um 12 dann kischt und trinkt. Und es stimmt, wir sind blind und Gott klacht sich in Keks, wie die Welt versinkt und wie die Menschen in seinen Namen kämpfen. Es ist einfach zu witzig, ihr hältst sich die Warnung vor Krämpfen. Ries, da vergehen sich an Kindern, Leute schreiben Songs mit rassistischem Inhalt. Du schreibst Raps, das ist ein ziemlich behinder, find ich halt so, Alter, guck nicht so finster. Ich schwör dem, mein größtes Problem ist nicht, dass man töten für eine Möglichkeit hält, nein. Zu welchem Friseur soll ich gehen, wenn ihm das Tönen nicht so rötig ausfällt. Sie massakrieren einen, es interessiert keinen. Und euer Gott ist schon lange tot, es interessiert keinen. Paar Obdachlose frieren einen, es interessiert keinen. Kein Mensch auf der Welt sieht noch gesund aus. Scheiß, der Hund drauf! Scheiß, der Hund drauf! Scheiß, der Hund drauf! Scheiß, der Hund drauf! Das ist nicht mein Spielplatz, ich hab ihn nicht gebaut. Ich halt mich hier nur auf und das Ding sieht aus wie Sau. Das ist nicht mein Spielplatz, ich hab ihn nicht gebaut. Die Welt geht langsam drauf und manchmal rette ich sie im Traum. Und Leute haben am glastigen Spaß, Leute haben nichts zu essen, aber AKs. Gestern war mein Rechner, ein Tag lange Marsch. Der Typ täten, tut am liebsten, dass er es noch nicht darf. Indien und Pakistan, kalte Atomkriege, die einen suchen Superstars, die anderen suchen Kony. Hunderte Millionen, sie gucken keine Nachrichten, noch glauben ans Internet und was ihnen vorliegt. Wir fälschen die Wahlen, wir töten die Wale. Glatzen, kühlen sich mit Glanzen, links gegen rechts, Radikale. Tumore, die wachsen, Bomben, die platzen. Intellekt wie Götter, Friede für Tiere. Raumschiffe bauen, Wild und anieren, stehen wie aufrecht auf ein Viren und pflanzen uns scheiß ins Gehirn rein. Es interessiert keinen. Sie speichern alles, was du sagst, es interessiert keinen. Du bist ziemlich gut im Freestylen, es interessiert keinen. Und dein erstes Album ist im Umlauf. Scheiß der Hund drauf! Scheiß der Hund drauf! Scheiß der Hund drauf! Scheiß der Hund drauf! Ich... Jetzt... Das ist nicht mein Spiel, das ist Schali nicht gebraucht. Ich halte mich hier maut auf und das ist интерес, wie soll. Das ist nicht mein Spiel, das ist Char раз, wie nicht gebraucht. Du solltest sein, weil der Laut ist nicht speichern. Das heißt der Hund drauf! Ich halte mich hier maut auf und das ist decay,empel. Das ist nicht mein Spiel, nein, ich hab sie nicht gebraucht Die Welt geht vor die Haltung, denn auch schein ist kein Verstehen Seid der Hussau Untertitelung des ZDF für funk, 2017